Kindergärtnerin Das muss verdammt schwer sein, oder? Du bringst den Kindern etwas bei und die haben es dann, ja, für alle Ewigkeit. Die Sonne trifft auf ihr gelbes Haus. Es scheint fast so, als sei dies ein Zeichen von Gott. Das war doch ein Gedicht. Ich weiß nicht. Und das in deinem Alter. Die Sonne trifft auf ihr gelbes Haus. Es scheint fast so, als sei dies ein Zeichen von Gott. Mit sehr wenigen Elementen hast du etwas sehr Komplexes aus dem Leben geschrieben. Er ist wie der junge Mozart. Wenn du neugierig bleibst, kannst du die Welt so sehen, wie du sie sehen willst. Wie eine Katze. Miau. Miau. Am Donnerstag findet eine Lesung statt und ihr Sohn und ich nehmen daran teil. Da kann Jimmy nicht. Donnerstags geht er zum Baseballtraining mit seinem Freund. Er hat eine Begabung. Er soll noch ein ganz normales Leben führen. Hallo. Jimmy, hi. Hier ist Lisa. Warum rufst du mich an? Es scheint, als sei dies ein Zeichen von Gott. Warum bist du denn traurig? Es hat ihm gefallen. Talent ist so selten und so zerbrechlich. Und unsere Kultur zerstört das alles. Hey, Jimmy. Hi. Hi. Schaffst du das da nach links zu schieben? Mozart wurde einst von Königen begünstigt und gefördert. Sie massierten seine Hände und steckten ihm Süßigkeiten zu. Dort werde ich dann aufschreiben, was dir durch den Kopf geht und dann veröffentlichen wir ein Buch. Hallo. Könnt ihr mir helfen?